Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus Cell Research von Denisa Volkova vor. Es geht um mögliche Erklärungsversuche, warum die Omikron-Variante keinen so schweren Verlauf bei den betroffenen Patienten verursacht. Bei Labortests zur Wirksamkeit von Virustatica ist ein deutsch-britisches Forscherteam auf eine Schwachstelle von Omikron gestoßen. Die aktuelle Variante von SARS-CoV-2 ist nicht in der Lage, die Interferon-Abwehr der infizierten Zellen auszubremsen. Bei einer Infektion mit Viren bilden Zellen Interferone, die den Schaden begrenzen sollen. Die Interferone warnen benachbarte Zellen vor der Drohnen Gefahr und sie alarmieren das Immunsystem. Die Abwehr ist so effizient, dass viele Infektionen im Keim erstickt werden. Virologen benutzen deshalb für ihre Experimente gerne Verozellen. Diese Zellen sind nicht in der Lage, Interferone zu bilden und können deshalb im Labor leicht infiziert werden. Bei den Experimenten wurden die Zellkulturen Kalo-3 und Kako-2 verwendet, die Interferone bilden können. Dies ist bei SARS-CoV-2 kein Nachteil, da SARS-CoV-2 über eine effektive Abwehr von Interferonen verfügt. An den Zellen wurde die Wirksamkeit einiger Virustatica getestet, darunter Molnupiravir, genauer sein aktiver Metabolot-IDD1931 und Nirmatrevir, die in Europa vor der Zulassung stehen. Omikron war nur sehr begrenzter Lage, Kalo-3 und Kako-2 zu infizieren, während die Delta-Variante die Zellen rasch abtötete. Verozellen ließen sich dagegen von beiden Varianten gleich gut infizieren. Somit ist Omikron anders als Delta nicht in der Lage, der Interferonantwort zu entgehen. Das ist einerseits überraschend, da SARS-CoV-2 die Interferonantwort gleich über mehrere Mechanismen blockiert. Beteiligt sind die nicht-strukturen Proteine 3, 6 und 14 sowie die Strukturproteine N-Nukleokapsid und M-Membran. Alle diese Gene sind bei Omikron durch Mutationen verändert. Vermutlich haben einige dieser Mutationen die Interferonabwehr von Omikron vermindert. Dies würde plausibel erklären, warum die Infektionen milde verlaufen, obwohl Omikron vermutlich infolge der Mutation im S-Gen für das Spike-Protein leichter in die Zellen eindringen kann. Diese Hypothese müsste allerdings noch durch weitere Experimente bestätigt werden. Die zweite gute Nachricht ist, dass die Mutationen die Wirksamkeit der Virustatika nicht herabgesetzt haben. Getestet wurden neben EIDD1931 und Nirmalt-Trelvir auch PF07321332 ein Paxlovid-Bestandteil, Ribavarin-Remdesivir, Fabipavir sowie die Protease-Hämmer, Nafamostat, Camostat und Aprotinin. Diese Mittel könnten deshalb, soweit sie sich in klinischen Studien als sicher und wirksamer weisen, auch bei Infektionen mit Omikron eingesetzt werden. Weite Informationen und Ergebnisse in dem sehr aktuellen Publikation in Cell Research.